Musik Der Mittelstand ist die Triebfeder der Wirtschaft. Das ist auch im Rheinkreis Neuss so. Mittelstand schafft Arbeits- und Ausbildungsplätze, entwickelt neue Produkte und Dienstleistungen. Das Branchenspektrum im Rheinkreis Neuss ist breit gefächert. Der Mittelstand profitiert vom starken Standort und von international agierenden Unternehmen. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. 99 Prozent der Unternehmen, immerhin 28.000 im Rheinkreis Neuss, sind mittelständisch geprägt. Rund 80 Prozent der Arbeitsplätze und 60 Prozent der Ausbildungsplätze sind dort vorhanden. Und es bildet einfach eine gute Grundlage für unsere wirtschaftlich erfolgreiche Situation. Für die Kreisverwaltung ist der Mittelständler der Schlüsselkunde. Seit 2006 ist der Rheinkreis Neuss als mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung von der gleichnamigen Gütegemeinschaft und dem Rahl-Institut zertifiziert. 14 Güte-Kriterien werden dokumentiert und auditiert. Dazu gehören unter anderem Anträge zur Genehmigung von Schwerlasttransporten werden von der Verkehrslenkung im Straßenverkehrsamt bearbeitet. Also für die mittelständischen Unternehmen ist es sehr wichtig, dass die Anträge zügig bearbeitet werden, weil die Schwerlasttransporten einen sehr straffen Zeitplan haben. Dem Rheinkreis Neuss ist die Meinung des Mittelstandes wichtig. Daher wird jährlich mit dem Mittelstandsbarometer die Stimmung der Wirtschaft im Rheinkreis Neuss erfragt. So kann sich die Wirtschaftsförderung bei ihrer Arbeit an den Bedürfnissen des Mittelstandes orientieren. Ein besonderes Ergebnis, 91 Prozent aller Befragten empfehlen den Rheinkreis Neuss als Wirtschaftsstandort weiter. Mehrmals im Jahr informiert die Wirtschaftsförderung Unternehmen bei Wirtschaftsforen. Die Themen reichen von Social Media über Fachkräftesicherung oder Internationalisierung bis hin zu Compliance. Für die Mittelstandsfreundlichkeit ist der Rheinkreis Neuss beim großen Preis des Mittelstandes als Kommune des Jahres ausgezeichnet worden. Eine Anerkennung für die Tatsache, der Rheinkreis Neuss fördert den Mittelstand. Untertitelung des MDR Untertitelung des MDR Untertitelung des MDR